Heute spiele ich mal Roulette. Ist ja eigentlich ganz einfach. Ich muss nur die Zahl erraten, in die die Kugel fällt. Ich erkläre das mal kurz. Neben einer Zahl kann ich zum Beispiel auf zwei Zahlen, vier Zahlen, drei Zahlen, sechs Zahlen, zero, eins bis 18 oder 19 bis 36, gerade und ungerade, rot oder schwarz, erste, zweite oder dritte Kolonne, sowie auf Dutzende setzen. Und meine Gewinnmöglichkeiten? Wenn ich auf gerade oder ungerade setze, rot oder schwarz, wird mein Einsatz verdoppelt. Das gleiche gilt für das Feld mit den Zahlen von 1 bis 18 und 19 bis 36. Bei Dutzenden und Kolonnen verdreifacht sich mein Einsatz. Wenn ich auf sechs Zahlen setze, ist die Auszahlung fünffach, bei vier Zahlen achtfach und bei drei Zahlen elffach. Wenn ich nur auf zwei Zahlen setze, ist die Auszahlung siebzehnfach und bei einer Zahl erhalte ich das 35-fache meines Einsatzes. Jetzt ist mein Einsatz gefragt. Alles auf die 23. Nichts geht mehr. Und alles richtig gemacht. Das war jetzt echt ein Glücksfall. Als nächstes probiere ich Serien und Kombinationen. Hier nochmal das Wichtigste im Überblick. Mehr Informationen finden Sie auf spielbanken-bayern.de